Ich denke, dass ich mich immer noch verantwortlich fühle. Die preisgekrönte Serie ist zurück. Lasse die zweite Klasse beginnen. Mein Sohn ist tot. Ich will wissen, was an diesem Abend passiert ist. Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Meryl Streep. Bist du froh, dass er tot ist? Big Little Lies, die zweite Staffel. Ab 10. Juni auf Sky Atlantic HD und auf Abruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017